Ich wünsche Ihnen allen eine wunderbare Reise. Schenken Sie mir bitte kurz Ihre Aufmerksamkeit. Es folgt eine Erklärung der Sicherheitsbestimmungen. Die Magnetbahnen sind auf dem neuesten Stand und werden regelmäßig gewartet. Sollte es dennoch zu einer Panne kommen, bleiben Sie ruhig, es kann Ihnen nichts geschehen. Warten Sie, bis Sicherheitspersonal zu Ihnen stößt und folgen Sie den Anweisungen. Verlassen Sie keinesfalls die Bahn. Ich wiederhole. Verlassen Sie keinesfalls die Bahn. Außerhalb ist es uns nicht möglich für Ihre Sicherheit zu garantieren. Ein Aussteigen ist nur in dem unwahrscheinlichen Fall einer Notsituation gestattet. Sobald der Zug zum Stillstand gebracht wurde, öffnen sich die Ausgänge. Bleiben Sie nahe der Bahn und versuchen Sie nicht, sich allein durchzuschlagen. Hilfe ist unterwegs. Wir wünschen Ihnen eine angenehme Reise. Auf Wiedersehen. Untertitelung des ZDF, 2020